Wenn dich alle bewundern und cool finden... Hey ihr! Ihr blockiert hier den Weg! Ah, du bist doch... Von dir hab ich in meinem Schachclub gehört! Die berühmte coolen Spicy Hinamori Amo-san! Hinamori Amo! Wir bitten vielmals um Entschuldigung! Müsste dein Leben doch perfekt sein, oder? Vielen Dank, ich danke dir! Könnte ich vielleicht ein Autogramm von dir bekommen? Aber was, wenn du so gar nicht sein willst? Mein Image oder meine äußere Fassade. Ich bin ein Mädchen mit mehr als nur einem Gesicht. Mein wahres Ich ist eigentlich ganz anders. Ich würde gerne ehrlicher sein. Oh Schutzengel! Bitte gib mir den Mut, sodass ich wiedergeboren werden kann, als der Mensch, der ich wirklich bin. Ich weiß, ich hab das gesagt, aber... Alles wird sich verändern! Unmöglich! Dieses Mädchen kann eine Kara-Transformation... Ich hab gehört, sie hat ganz alleine das gesamte Fußballteam besiegt! Tauch ein in eine neue Welt! Sie ist im Besitz von drei Shugo-Chara-Eiern. Diese Person wird das legendäre Hamptisch das erben. Und mach dich bereit auf jede Menge Abenteuer! Alles an mir ist so cool! Mein äußeres Image heute aufrecht zu erhalten, war anstrengend. Chips, syrup, whipped cream, würd' ich gerne sein! So cool! Coming soon!